Was ist ein Double Kill? Das war ein Collateral, oder? Ja, Moin. One Shot, Two Kills. Anscheinend wo die komplette Twitch-Datenbank liegt. Was? Mit allen Telefonnummern, allen Passwörtern, alles. Nice. Mhm. Egal, Hauptsache die Auszahlung kommt immer richtig an, na? Du bist Leader, ne? Ich bin Leader? Ja, ich hab's dir wieder zurückgegeben. Ich geh nämlich in Pipi. Ich bin wie Leader und schlag eure Augen auf, Alter. Oh, da kommen welche über die Straße, Alter. Da sind die auf offnem Feld, Mann. Das ist dein Business, Mann. Direkt ins Gesicht geschossen, Alter. Da steht einer am Haus, Mann. Reload! Reloader! Sonst noch wer über die Straße laufen, oder? Ohne, links, rechts schon? Ah, unten ist ein Amt, Dings. Hab ich auch's genommen. Nice. Wir ballerten jetzt schon wieder auf uns, die haben. Äh, irgendwas. Ein Heli hinter uns. Ach, da ist er, okay. Hab ich noch? Mhm. Okay, hat Flair's raus. Nice. Come on! Ich bin am Nachwarten, fuck. Bro, ich bin so ein Bot. I'm sorry. I'm sorry. Ja, gut, aber ich hab auch zu früh geballert. Äh, zu früh meine Sidewinder, also da wird die Dinger alles rausgehauen. Das ist auch nicht grad beste Play von mir, um ehrlich zu sagen. Und nochmal, jetzt ist er weg. Geht auf. Och, Alter, jetzt nervt mich der nächste, oder was? Und ich hole E1. Hoppala. Voll schön, das Game. da gibt mir jetzt auf den sack aber das scheiß gibt pfeife auf dem sack ich gehe tschüss da wenn du die muni change das magazin challenge ist einfach wieder volle munition oder wo lauf ich eigentlich gerade hin auf planlos in der gegend römer sind tag auf ich habe gerade so perfekt einen so auf den kopf drauf noch stelle ich einfach mein bein direkt ausmähle er war so noch der schluss also von meyer gleich wird reingeschütteten eingeschüttet egal wie schluss damit so mit so einem mini gar noch sind infanteristen daraus ist auch absolut ehrlich da sind die wo sind die uns aber sonder macht das ist meiner schießt die ganze zeit auf meine weise machen hallo jetzt sei geklärt jetzt hören wir mal auf zu schießen und ich habe mich rausgeschossen aus meinem heli an der arsch und coole sache und coole sache immer die normale ist so dafür noch mal probiert seitdem wir gewechselt haben hat seitdem wir gewechselt haben oder meine gewisse das ist also der mir cosplay ausgestattet habe ich habe die gerade in der hand und ich denke mir so what the fuck deswegen macht der mit placebo ich probiere sie auch ich muss die erst mal modden bevor ich irgendwas machen kann habe direkt kassiert ich habe direkt kassiert ich komme immerhin und dann ist keine action mehr ist das denn der ist hinter der ecke gestorben ich bin schon lange nicht mehr gesehen hat dann auf einmal fällt dahinter der kam aus der stadt aber wir haben gerade alle punkte besetzt maschinen sind aber da ist auch nicht was los ja sie ist krass hallo game gönn mal heli ich habe dich ich habe da ist ja ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe kurz ein armer plate reinschieben bin call of the war so toller land ja gerade eben alle punkte jetzt aber gar keinen mehr oder was sehe ich das richtig die sounds und frisch ja vor allem saugeil wie nebenan die raketen einschlagen wenn der heli auf dich rock hat so da waren drei leute auf dem haufen gestanden irgendwo auf f1 sind drei leuten bin doch ich will leben ich will leben oh shit bruder mein gott ich nehme noch mit ich will so jetzt please repair das shit ok so nicht die container meinst du ja komme zum tod da läuft dann übers feld den sie schon mal hier unten sind zwei auf dem haufen am container ist noch nicht was ist es ist einfach panzer auf unserem ding bist du mich verarschen oder was da ist der panzer neben mir auf unserem platz die dinge ist auch die granaten die granaten animation ist auch komplett für den arsch war also der der zieht die granate und fliegt sie schon aus seinem bauch raus das richtig wird sich alles schief gelaufen glaube ich sachen timings ich komme und unterstütze euch mit meinen ja sie sind panzer auch rechts von uns genau ne ne leute habt kein aimboot ich bin einfach nur krass gerade ist der panzer noch am leben jetzt wird er da und sein habe sie rausgeschossen aus dem heli mit meiner mini gun er hat mein school hier angefasst der ich was auf seinem kopf keine ahnung das war ganz ganz strange aber ich bin gerade so im schwitzer modus alter holen ich habe ich gerade zum panzer hingegrave deiner zack 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 war der nico ich komme ja pass auf sniper direkt unter uns aber der ist richtig schlitt da oben auf dem ding was spielst du jetzt nico hier findet die allererstes und reife ohne scheiß also seitdem wir das ausgeschaltet haben ich weiß nicht warum das fühlt sich so gut an gerade vielleicht haben sich die server auch einfach nur mehr gefangen jetzt aber fühlt sich halt so nice an hatte ich hatte ich nicht alle fliegen sie wieder ich gehe mal kurz die katzen füttern ja ich muss ich muss kurz was zum trinken weg bringen alles klar bg ja